Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ein neuer Abend. Ich sitze nun hier, damit ihr mal seht, wie ich sitze. Ich sitze auch nur deswegen so, weil ich dachte, es passt ganz gut. Und warum noch? Weil meine Hündin da gerade schläft. Ja. So ist das, Manuel am Abend, Freunde. Oh ja. So ist das. Und ja, so macht man das dann, wenn es mal, ich sag's mal, anders gehen muss, weil man gerade keine andere möglichen kann. Manchmal ist das halt so und dann macht man das so. Man versucht, den Hund trotzdem schlafen zu lassen und trotzdem für euch da zu sein. Ja, ist manchmal so, man kann sich das nicht immer alles so aussuchen, wie man das gerne hätte. Aber man versucht, das Beste auszumachen. Und wenn es da klappt, ist es doch auch gut. So finde ich das zumindest. Ja. 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 Wie gesagt, wie gesagt, liege ich hier. Ich drehe nochmal so, ja, noch ein Stück. Ja. So. Ja, hier liege ich, wie gesagt. Genieße es mit euch. Und ja, Manuel am Abend, Freunde. Mal gucken, was heute noch so kommt. Was heute so passiert. Aber es wird hoffentlich gut sein. Natürlich kann nicht alles gut sein. Aber wenn es gut ist, dann ist ja alles gut. Aber wir werden sehen. Oh ja. Manuel am Abend, Freunde. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Und hier freue ich mich, wenn ich euch was biete. Morgen früh, wie gesagt. Und heute wieder meine Hände frei. Um 10.30 Uhr. Und natürlich, was morgen auch noch kommt, ist WolkenTV. Ja. Aber das wisst ihr alles. Ja. Ich weiß, ich genieße gerade ein bisschen die Zeit. Und gucke natürlich so ein bisschen, liege, genieße es ein bisschen. Ja. Genieße die Zeit ein bisschen. Und schaue mal, was sich so treiben lässt. Oder auch machen lässt. Ja. Weil irgendwie muss man ja auch seine Zeit rumbringen. Aber so ist das. Manuel am Abend, Freunde. Nicht? Ja. Ich würde erst mal sagen, für heute habe ich jetzt erstmal nichts zu erzählen. Gleich spielt Werner Bremen gegen Dortmund. Mal schauen, was die Bremer so machen. Hoffen natürlich, dass die gegen Dortmund gewinnen. Aber ich verabschiede mich jetzt. Damit ich heute Abend wieder mal pünktlich bin mit Manuel am Abend. Aber die letzten Tage war ich ja nicht so pünktlich. Immer ein bisschen zu spät. Aber heute soll es wieder pünktlich sein. Und wenn euch gefällt, was ich mache, schreibt einen Kommentar. Ich hoffe natürlich, die Leute, an denen ich Autogrammkarten geschickt habe, dass wir auch die bekommen haben. Ja. Und ein Autogramm kommt noch. Ist in Arbeit. Lasst euch überraschen. Ich verabschiede mich erstmal. Sage Tschüss. Wir sehen uns wieder zu meinem Abend. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschau. Tschau.